Zweite Chance Siehst du, der Zombie, der war doch da Ich bin ja nicht blöd Manchmal denke ich noch mit Der Zombie war nur so irritiert, der wusste gar nicht mehr, wo der hinlaufen sollte Da ist er einfach im Kreis gelaufen Ja, ich bin ja Im Moment, bevor du die aufhebst, lad mal nach So, scheinen leider immer noch ein paar Gegner zu geben Franzi war unsichtbar Richtig, es kommt auch noch Verstärkung Vom Gegner leider, nicht von uns Ordenes confirmadas, marchando Todo cubierto Closing on target position now Afirmativo, en camino Ich lasse den Rest hier draußen schon mal stehen Während Eagle drinnen guckt Voll geil, dass ich mit dem zweimal laufen muss Ich kann ja nicht mehr überspringen Ach das X, Entschuldigung Ich vergesse es mal, weil es rechts oben ist Drück den Knopf Das ist das neue Red Bull Es verleiht nicht nur Flügel, sondern riesige Hoden NS15, wir haben die Beschaffung der Probe bestätigt Rücken Sie zum Evakuierungspunkt vor Se les unen, amigos So, geht mal in Position Entschuldigung Ich habe eine Position von Advent Doof Tut mir leid, Franzi, ich muss dich hier oben ablegen Oh, und der kann auch nur den Einser sehen Ich muss aber seine Panzerung shreddern Alle anderen Gegner sind mir egal Erstmal Earl, Earl Du bist so am Eimer Aber guck Du kannst in der vollen Deckung schießen Mach den platt, komm Ja Blanco neutralizado Ja, beide eine volle Deckung, oder? Ja Komm, den kriegst du Ja Nicht tot, aber gut Schaden gemacht Och, der hat eine Granate Seit wann schmeißen die in Granaten? Schieß den kaputt Ja, der Boden hat gehalten Zum Glück vom Verteidigungsturm Ich weiß aber nicht, ob Franzi noch lebt 55 Der könnte da ganz außen zum Baum laufen Das wäre natürlich schlecht für uns Oh, hier ist der weg Schieß den kaputt Der Zuho Da Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Doch, ich muss dich bewegen Endlich, die Deckung ist kaputt Oh, leider seid ihr alle wieder kacke Immerhin einer trifft mal Bevor ich das jetzt wieder hier abhängig mache von einem einzelnen Schuss Preparado Juego de Conversion in el blanco Der ist bewegt und trotzdem wird kein Reaktionsschuss ausgelöst Und es geht nicht weiter Das Spiel hat gebackt, glaube ich, oder? Oh nein! Wisst ihr, was passiert ist? Franzi ist gestorben im Turm Ja Hä? Ne, Franzi steht da plötzlich wieder Jetzt bin ich total... Das Spiel hat sich total kaputt gemacht Los geht's Let's rocken Los geht's Los geht's Los geht's Los geht's kann man атente Gallage Keine Ahnung. Franzi ist bestimmt tot. Toll, direkt daneben. Ja, jetzt hat der... Bleibt doch für immer in Panik. Echt jetzt ne Scheiße. Und der sieht den nicht mehr. Komm bitte, Glück. Es kann doch nicht sein, da ich so auf dem die ganze Zeit rumknalle. Jetzt sieht er ihn. Danke, Rod. Schieß. Ich hab doch das Spiel kaputt gemacht. Auf geht's. Sollen wir mal gucken, ob's ein Bug ist, ob wir sie mitnehmen können? Sollen wir mal gucken, yo, mein Cargo. Alla voi. Moving out. Back online. Overwatch. Wir bleiben nur noch die einen Runde hier stehen und jetzt gehen wir die nächste Runde hier raus. Durch den Overwatch können wir vielleicht noch den einen oder anderen treffen. Ich weiß nicht, Franzi könnte auch tot sein. Der wird ganz angeschossen. Ich habe wirklich irgendwas kaputt gemacht. So, erreicht ihr alle die Landezone? Ja, das sieht alles super aus. Haut alle ab. Franzi, werden dein Körper deinen Hinterbliebenen übergeben. Avenger hier Firebrand. Das Paket ist in Sicherheit. Alle überlebenden X-Com-Agenten sind in Sicherheit. Firebrand kehrt zur Basis zurück. Mission erfüllt, Commander. Wir haben Advent dort getroffen, wo es wehtut. Keiner der Soldaten getötet. Die nie ein liebender Mensch hätte sehen sollen. Ich freue mich, dass er zerstört ist. 56 Runden benötigt. Ich glaube, wir haben eineinhalb Stunden an der Mission gehangen. Franzi ist, glaube ich, auch wieder wach. Na, das kann aber... Warum waren dann nur vier verwundet? Wurde einer wirklich überhaupt nicht getroffen? Ja. Franzi ist wiedergekommen, Zockerbraut. Nachdem wir nun das scheinbare Produkt der Geheimeinrichtung gefunden haben, wird es sicher einiges an Zeit und Ressourcen kosten, den wahren Zweck dieser Substanz zu erforschen. Ich beginne sofort mit den Vorbereitungen für eine gründliche Analyse, Commander. Die Abläufe innerhalb der Geheimeinrichtung scheinen noch besorgniserregender zu sein, als ich zunächst befürchtet hatte. Die Aliens haben zweifelsohne etwas Schreckliches begonnen. Ich überlasse die Untersuchung Ihnen, Commander. Unsere Schlagkraft schwindet, Commander. Wir sollten im Quartier des Widerstands neue Rekruten suchen. Die Aliens nutzen eine Verschlüsselung, die wir noch nie gesehen haben. In zwei Tagen hätten wir wieder genug, in sechs Tagen hätten wir wieder halbwegs gemixtes Team. Eigentlich will ich keine Rekrutieren neuer. Ich will eigentlich den nächsten Raum bauen. Sie erweisen sich immer wieder als einfallsreich, Commander. Obwohl sie den Aliens mit der Zerstörung der Geheimeinrichtung zugesetzt haben, liegt noch viel Arbeit vor uns. Toll, um eins. Da müssen wir uns relativ schnell zu der ersten Basis durchkämpfen. Der Markt ist offen. Commander, zur Zeit haben wir nicht genug Informationen, um die lokalen Widerstandskräfte in diesem Gebiet ausfindig zu machen. Sitze Kurs auf den mexikanischen Regionalpakt. Natürlich sind die Energierelais auf die Energiespulen gebaut, Enkirot. Was denkst du denn? Die Energieverschrift sind der Movement. Baut des fortschrittlichen Kriegsszentrums eingeleitet. Willkommen, Commander. Setze Kurs auf Sektor 9. Die westliche USA. Der kann mich doch jetzt nicht nochmal in eine Mission schmeißen, die auch schwer ist. Vor allem ich so drei Sniper so. Der ist erschüttert, da oben rechts steht. Dann kriegt er den Zielschutz. Du bist nicht erschüttert. Auftragsannahme nicht verweigert. Wir werden diese Mission genauso durchführen wie jede andere. 51 Wille. 50 wins. 80 wins. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Da kann ja was werden Sky Ranger eingesetzt